Wir haben so etwas Gleiches als Zugang, wir haben so zwei kleine Stücke, war das auf Deutsch, da muss ich nicht viel weiter erklären. Also bevor wir die Zugang machen, wir haben so etwas Kleines zu besprechen, das ist eigentlich so etwas Privates, aber ich dachte, ich weiß nicht, es gibt ja eine Masse, eine Kollegin, aber wir machen das heute. Wir haben viel wieder Konzerte zusammengebracht über die letzten Jahre, es hat immer wieder Spaß gemacht. Ich glaube, alle gute Dinge haben ihr Zeit und ich merke, so langsam ist das bei mir ein bisschen so weit, dass ich, also, ich habe andere Sängerinnen kennengelernt, also das ist typisch leid, aber die Chantal, die Chantal ist wirklich ein junges Studenten und sie hüpft mich so an. Und sie ist die neue Müse. Das ist so, ich vermute schon ein bisschen, ich bin typisch Mann, ich kann solche Sachen nicht so richtig, also, ich würde es immer meinen, deswegen, ich habe dir einen Brief geschrieben, also es steht alles drin, was ich eigentlich so sagen will, dass ich schätze, dass, aber irgendwie, genau, also guckst dir an. Der Brief, den du geschrieben, Du wirst mich nicht mehr lieben, er macht mich gar nicht bange, du wirst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist dein. Zwölf Seiten, Elbo, zähl ich, ein kleines Manuskript, man schreibt nicht so, was für dich, wenn man den Abschied, nicht mehr lieben, er macht mich gar nicht bange, du wirst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist, nicht mehr lieben, er macht mich gar nicht mehr lieben, aber dein Brief ist, ja, so, da hinten haben wir ja... Ja, okay.